Jetzt muss ich auch noch ne Kutsche fahren und wieder... Mich wirst du nicht so leicht los! Hä? Gegner sch... zum...lenken... Rammel! Schleuerriebsung des Gegners um sie zu beschädigen! Eieieiei! Schleuerriebsung des Gegners! Schleuerriebsung des Gegners! Schleuerriebsung des Gegners! Schleuerriebsung des Gegners! Au! Au! Ich darf nicht über Steine fahren! Schleuerriebsung des Gegners! Scheiße, meine Kutsche ist gleich im Arsch. Ey, das ist auch blöd. Wieso werde nur ich verletzt? Hallo. Nein. Ja. Ey, wenn ich den gerammt habe, dann hat sich ja nur der verletzt. Das ist ein bisschen nicht so nett gewesen von dem. Das ist voll gemein, ey. So, jetzt kannst du nochmal. Jawoll. Wie kann man denn hier bremsen, ey? Das ist doch doof, ey. Der fährt nicht andauernd gegen diese scheiß Steine. Dass auch diese Steine nur auf meiner Seite sind. Ey, das ist voll unfair von dem Spiel-Design an. Boah, jetzt... Sollen wir... Ey, ich kann doch nichts machen, außer nach rechts drücken. Das ist ja richtig bescheuert. Boah. Er hat sich den Scheiß denn ausgedacht. Das kann doch nicht sein, ey. Oh, das Ganze nochmal. Wenn sie weiter ausholen, als die Gegner beschädigen sie. Probe. Probe. Oh, doch, aber... Nein, doch nicht jetzt. Jetzt, nein. Alex. Ah, shit, ey. Oh, Mann. Dann, dies! No, bastard! Hide it in! Hide it in! Oh, Mann. Oh, Mann. Das hat ja toll funktioniert. Checkpoint. 100%. Yes. Okay, sind auch nur die ersten Level. Wird nachher bestimmt noch schwieriger. Kombo-Attentat. Drücken Sie X und treffen Sie Ihren Gegner wiederholt und ohne Unterbrechung, um einen Kombo-Attentat auszuführen, um ihn zu eliminieren. Janitscharen. Janitscharen können Twitter und... Blablabla... 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 Die Straße, keinen Moment aus den Augen. Habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! Da! So, so. Seht, wer aus einem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn. Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Das mach ich schon für euch. Keine Sorge. Volle sind mindestens fünf Wachen aus einem Heuhaufen heraus in die Munde. Mal gucken, ob das hier überhaupt geht, ne? Jetzt! Auf ihn! Sack! Boah, Alter! Da hat der Helm aber nicht viel gebracht, ne? Klündern wir halt ein bisschen. Salpeter erzeugt einen hellen, aber deutlich sichtbaren Quallen. Aha. Boah, ich bin schon voll verletzt, ey. Ui. Mediziner. Ey! Ey! Medizin, ich hab keine Medizin. Ist aber doof. entdeckung. Ja, das war ja leicht. Ich bin schon voll erledigt. Ich kann schon gleich mal spründen. Oh, Stylo. Früher war das einfacher. Früher war das einfacher. Dieses Tutorial üben. Naja, das machen wir nicht. Das waren, glaube ich, fünf, die ich aus dem Heuhaufen erledigen muss. L.S. um den Adler in Sinn einzusetzen. Wollen wir mal. Der Adler sind Zeitgegner in Rot und Simpsil in Gold verbindet in Blau. Aha, was ist das aus der Gründer? Find ich das? Nicht verhandeln? Ups. Kann ich jetzt Attentat machen? Versteckst du dich hier? Ne? Zelten oder, pff, ja. Irgendwo konnte man sich verstecken. Sieht aber nicht so aus. Antippen und Messer auf das Ziel. Länger halten und dann nutzen eben drei Messer. Vielleicht ist es. Äh, wie kann ich den denn anvisieren? Müsste doch ein linker Button sein, oder nicht? Woher trägt man solche Männchen? Kuck. 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 So, das waren die beiden. So, das waren die beiden. So, das waren die beiden. Oh, das war auch noch. Geh. Da kippen sie weg. Tja, oh. Arabisches Pulver. Mittelgroße Explosion. Ich kann damit mehrere Gegner auf einmal ausstecken. Sehr schön. Ah. Da ging er hoch. Oh. ich schalte sie sich die denn aus Heuhaufen ausschalten wenn die keine Heuhaufen sind können wir das mal erklären ich bin hier am rumstehen und die hören mich nicht ich will meine Messer wieder Verzögerungshülse, diese Hülse aus Metall prallt von Oberflächen ab und zündet nach 3 Sekunden mit dem Adlersinn können sie Laufwege ihres Ziels verfolgen die 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 ich will noch mal gucken hier wegen mindestens fünf Wachen aus einem Feuerhofen heraus eliminieren ah wie viele habe ich schon ein bisschen ich bin ja am rumstöhnen ich brauche echt ey noch ganz dringend Medizin ey ein bisschen Heuhofen kennst du diesen Mantel? oh oh verdammt 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 h h h h h h das ist wie eh und je man wird absolut angebrüllt und verflucht wenn man schau mal hier Leute geraubt da ist er reingelaufen verstecken sie sich in Zelten Heuhofen die Gegner um sich was so ein Zeltchen h 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 d h h h h Ach komm doch her, ich will dich aus dem Heuer auf meine Liebe sehen. Wo trägt man solche Mäntel? Willst du die Spannern?